Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt stellt zum dritten Mal einen Antrag auf Auslieferung von Mario Kunasek, dem steirischen FPÖ-Chef. Die Kärntner Behörden möchten gegen ihn und seinen Stellvertreter Stefan Herrmann wegen des Verdachts auf gefährliche Drohung und Nötigung ermitteln. Für die Ermittlungen muss jedoch Kunaseks Immunität durch den Landtag aufgehoben werden. Die FPÖ spricht sich dieses Mal erstmals gegen die Aufhebung der Immunität aus. In der Vergangenheit wurde Kunasek bereits zweimal vom Landtag ausgeliefert, wobei die FPÖ jeweils zustimmte. Die Debatte um seine Immunität könnte sich dieses Mal zuspitzen, da die Auslieferungsbegehren als letzte Tagesordnungspunkte der Sitzung angesetzt sind. Noch vor diesen Punkten wird die FPÖ eine dringliche Anfrage an Landeshauptmann Christopher Drexler von der ÖVP bezüglich einer Kunstausstellung richten. Die Partei kritisiert die Schau im Bruseum, die Werke des verstorbenen Künstlers Günther Bruse umfasst und wirft ihr vor, Österreich-Hass, Fäkalkunst und Pornografie zu fördern. Sie fordern Aufklärung über die finanzielle Unterstützung der Ausstellung durch Steuergelder. Die Sitzung beginnt mit weiteren dringenden Themen wie der Nutzung des Binnen-I und der Situation am LKH Leoben.